Mitleute. Keine Ahnung, was der da labert. Ja, extrem weit. Ja, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie alle. Wie die Geier, ey. Zu 100 oder so. Guck, mein Freund verreckt auch. Oh, komm, es wird langweilig. Jetzt geh ich rein ins Schlachtfeld. Nein. Und schon. Und, oh. Ey, ich könnte schon wieder ausrasten, ey. Aber mal wirklich, nicht aus Scherz. Was? Wieso überlebt der alles, hä? Guck, mein Freund da fragt sich wahrscheinlich auch. Komm, liegen wir so schön zusammen. Oha, und er steht immer noch da. Bei solchen Leuten, ey, krieg ich schon Anfall. Ja? Ich hab da unten was Wissen sehen. Also wenn die Leute was Dummes schreiben, lese ich es euch natürlich vor. Ich hab leider keine Ahnung, wie man was schreibt. Map. Ah, da drüben. Aber ich hab einfach keine Ahnung, wo die Tab-Taste ist, ja? Sorry, aber... Da, ich sag, da tummeln sie sich. Da tummeln sie sich. So, zwei Kills direkt hintereinander und beide Setshot. Mach das mal nach. So. Was? Was zum... Was zur Hölle? Alter, wo kam der her? Nein, ich tue es mir nicht mehr an. Diese Map ist auch so beschissen, Alter. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht, Mann. Jesus, helf mir. Na, noch andere Richtungen. Map. Oh, auf extrem falsche Richtung. Das Blaue bin ich, ja? Und ihr könnt mir aber gerne in die Kommentare schreiben, wo die Tab-Taste ist. Ich hab nämlich keine Ahnung. Ist mir aber irgendwie herzlich egal. Äh, ja. Das ist mein Teamkollege. Juhu, über Steine springen. So. Da. Jetzt frisst er. Jetzt ist er tot, gell? Jetzt guckt er dumm. Jetzt guckt er dumm. Oh, ich hab ganze zwei Leben übrig. Verdammt. Leute, gleich seht ihr mich schon wieder sterben in einer beeindruckenden Animation. Da. Scheiß Kind. Frisst das. Komm, zeig dich. Zeig. Was? Oh, ist das ein Dreck. Ich hab keinen Bock, dass mein Account gesperrt wird. Der ist Hammer, der ist Hammer. Wo ist das wo? Da. Map. Wo ist das geile Sucht, Kind? Was ist schreibt denn? Ich will hin, der geht ab wie zau. Jo, Mann. Fuck. Alla, der hat's drauf, Mann, ey. Ich würd den so umarmen, Mann. Da. Friss. Boah, ey, der ist. Ey, du bist echt geil, Kerl. Komm. Komm, hä? Du bist Hammer. Schreib ich auch mal was. Wir haben ja grad eh nix zu tun. Nö. Hallo? Ja, verpiss dich mit deinen Scheiß-Teilen. So. No. So, und alle, die grad noch nicht abgeschaltet haben, weil's denen einfach nur langweilig war, wie ich da irgendeine Scheiße im Boden geschrieben hab, jetzt geht's wieder weiter. Ja, was soll mir das sagen? Nichts. Haben auch nichts anderes zu tun, ne? Hatten bestimmt die Bauklötze in ihrer... Ähm, wo? Kindheit oder sowas. Was ballert der Homekauf nicht? Guck du! So bin ich richtig. Hinter mir ist auch keiner. Was, die kommen mal nicht von hinten? Boah! Das freut mich. So, äh, jetzt, jetzt, jetzt. Da, 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 da war so einer von denen. Oh, schon tot? Das freut mich. Oh, danke, mein Kumpel, ey, der denn grad abgeballert hat. Hm, wir werden immer die Kills geklaut, ey, das gibt's nicht. So, tot. Nächster. Ja, was? Was? Ziele zu fünf? Gammeln alle hier rum? Ja, du, kannst hier schon auch noch. Oh, Alter, ich geh grad extrem ab, hab ich das Gefühl. Oh, Alter, das ist zu... Das... Oh, aber, Leute! Sechs Kills direkt hintereinander, ohne zu sterben? Mit nur noch 20 Leben oder so? Macht das mal nachher. Boah, jetzt hab ich ne geile Phase und ich will nicht, dass sie jetzt zu Ende ist. Cool wär's, wenn ihr... Scheißsucht geht. Welcher Bastard versteckt sich da in meinem Spawn? Hä? Bist du das etwa? Hä? Hä? Wo ist da hin? Was? Da war doch... Da bilde ich mir schon blaue Spasken ein. Was? Shit, der ist echt da. Aber wo? Fuck, er hat uns. Ah, das ist ja wie ein Alien, ey. Keiner hat Ahnung, wo er hin muss. Pfff, ist er tot. Shit, Alter. Alter. Ich komme nicht mehr rauf, aber doch. Alter, alter, alter. Jetzt geh mal wieder auf die Brücke des Todes. Ja, Indiana Jones in die Brücke des Todes. Was? Scheiße. Äh. Ja, der Herr läuft schön mit seinem Schaufel rum, was irgendwie komisch aussieht. Döööö. Map. 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 Perfekt. So. Noch ein paar mal wieder genauso hobbylos rum, wie wir sonst auch laufen. ich frage mich gerade echt für der blaue Händel auf der Map seht ihr übrigens Schüssel, die ballern da alle was alter? verarschen oder so ganz ehrlich wer wenigstens lustig in meinem Stat sehen könnte, wer wie viele getötet hat oder nein wie kann man vielleicht noch mal chatten in dem Scheiß? nein, klappt alles nicht wer sonst nix zu tun oh, alter ey oh, dann wieso schießt jemand daneben oh, dieser Gesichtsausdruck boah, ist die erste Trax-Map, bei der ich ne Map brauche, um mich zurechtzufinden, ja? das will was heißen bei meinem super Orientierungssinn, ich verlaufe mich beim Schulweg aber pfff, niemand was sagen mhm geben wir mal äh, ja diese Explosion, ey, sehen so episch aus boah, what the fuck! was macht der da, hä? was macht der da, hä? ich sag es, dass er dumm in der solchen äh, Deckung herum zu pimmeln! pfff, damm, ey, komm, laufen auch mal durch den Koffer durch! jetzt, jetzt kriegt er, jetzt kriegt er der Drecksack der Bastard was? ich sagte nein! Halt! Stopp! Zoll, da rum, weil er mich nicht trifft, ja? was? was, Zolle? ach boah, jetzt kriegt der Spaß dabei Alter, jetzt mal ehrlich, jetzt gibt's ich warte nur, dass er da steht, ey ich warte der zeigt dich boah, meine Teamkollegen haben den gekillt, ey soll er froh sein, dass ich seinen Namen mir nicht gemerkt habe, ey sonst hätte er jetzt, ey ich sag zu oft, ey dass ich es nicht will hä? hä? ich würde auf mich geschmissen, du Drecksack, ey du Hurnst du, ey, du jetzt, jetzt da, da kann man so rum, gell? so, jetzt klebt sein Blut an der Wand und ich freu mich ah Alter, freu dich noch, dass du mich gekillt hast mit jetzt was weiß ich in Ordnung Alter das dieses Spiel macht aggressiver als jedes COD und dann läuft er so langsam Alter jetzt, ey, jetzt gibt's jetzt gibt's Granate jetzt machen wir einen auf Terminator machen sie alle kalt da, da, irgendwo sind sie das ist der Scheiß, Alter ich weiß nicht, wo die hocken verdammt verdammt, nein und jetzt aber zu dritt, wenn wir den Scheiß jetzt nicht schaffen fuck Scheiße Alter, diese minderwertige Map zwei, hm, drei Versuche gebe ich mir noch, äh, also drei Versuche gebe ich der Map noch, dann brech ich den Scheiß ab aber, äh, seid froh, dass es kein Livestream ist, äh, sonst wär hier nichts gecuttet und das wär nicht so für meinen Kanal obwohl obwohl Leistream könnte ich ja mal irgendwann machen jetzt, wo ich sag drei Versuche, wie gesagt äh, äh, ja äh, ja da, jetzt hat er aber, jetzt hat er fuck so, der nächste noch eine Leiche für den Scheiterhaufen verbrennen wir ihn so, der nächste so, der nächste oh, Leute, jetzt geh ich grad wieder ab ich hoffe, das bleibt doch so hu, tsch, scheiß, wo kam der jetzt her boah, aber dass nur einen Weg gibt, hat mir ja keine Chance da kann man ja nichts anderes als verrecken ja, hat ja nichts anderes zu tun, als an seinen Weg zu schießen, ne ah, nur mit Mongos im Team, hier oder was wow, ich hab' ne Granate da, frisst das so